Detective Hess schlägt vor dir, da soll dir dein Proletenarmkettchen anlegen. Hey, er soll mich beschützen. Ach, beschützen? Die bewahrt dich vor Kugeln. Das Kettchen bewahrt dich höchstens vor Dates. Ich spiele Nick Walker. Klapp, klapp. Plötzlich steigt er in eine neue Liga auf. Ein harter Tag. Ich bin tot? Wirklich. Er wird rekrutiert von der R.I.P.D. Du kannst dich glücklich schätzen. Denn du besitzt Fähigkeiten, die wir brauchen. Du schließt dich dem R.I.P.D. an. Ich tue es. Er kann es nicht glauben. Es wirkt wie ein böser Traum. Aber leider ist es das nicht, sondern die Wirklichkeit. Noch irgendwelche Fragen? Ja, einige Seelen bestecken sich unter den Lebenden. Sein Partner ist ein 200 Jahre alter Cowboy. Hier bitte der neue Partner. Hey, musst du dir erst verdienen. Na dann los! Meine Figur, Roycephus Pulsifer. Roycephus. Nenn mich einfach Roy. Oder Cephas. Die beiden sind anfangs kein Traumpaar. Nur der Senior Officer darf anklopfen. Lehrling. Lehrling. Ich bin seit 15 Jahren im Dienst. Lassen Sie diesen Lehrling Bullshit. Das Coole bei der R.I.P.D. ist, dass wir eine verrückte Undercover-Erscheinung haben. Für die. Siehst du nicht so aus wie du und hörst dich auch nicht so an. Und wie sehe ich jetzt aus? Echt jetzt? Ich bin ein alter Chineser? Was ist mit Ihnen? Ich schätze, Sie haben gewonnen, Roy. Wir sind Ihre Verkleidung. Ich mach Musikvideos. Private Nummer steht hinten drauf. Ich bin bestimmt kein Stück Fleisch. Ich bin ja eine Frau. Unser Job ist es, Leute, naja, zu verhaften. Entschuldigen Sie, Herr, auf ein Wort. La Vé. Mein Fehler. Oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Leute, die tot sind und es nicht sein wollen. Bist du bereit? Stanley Nowicki. Gesundheitsamt, guten Tag. Wir vermuten, dass Sie vielleicht tot sein können. Schön locker bleiben. Wie du siehst, können wir eine ganze Menge einstecken. Tue trotzdem weh. Und dann passiert etwas Ungewöhnliches und bedroht die RIPD. Was hab ich noch nie gesehen? Bläst du weiter Trübser oder verhinderst du mit mir die Apokalypse? Elgort. Okay. Na, wenn du das so sagst, dann drängt mich das in die Ich-habe-keine-Wahlecke. RIPD. War Spaß, oder? Schön locker bleiben. Ab! Ab 29. August im Kino. War Pharmacat estтакиadrom? disturbingокle voy fund.